Ich hatte Glück, ich habe die für Retail bekommen, also 190. Bei Spock X bestellt, für Resale, 80 Euro. Geil, Mann. Greenback, weiß nicht, was kostet der auf dem Markt? 180. Was geht, Leute? Mein Name ist Maham. Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute in Düsseldorf unterwegs, nicht in Hamburg. Ich bin auf jeden Fall heute auf der Königsallee und befrage die Person hier, wie viel ist deren Outfit wert? Für die, die nicht wissen, was die Königsallee ist, die Königsallee ist hier so in Düsseldorf, so die Straße, wo die ganzen teuren Läden sind und alles Mögliche, schickimicki, ihr wisst Bescheid, Leute. Wir haben coole Outfits am Start, sehr sommerliche Outfits und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal zu meinem Outfit. Ich habe hier heute auch mal ein bisschen aus meinem Kleiderschrank die sommerlichen Sachen rausgeholt. Ich habe hier die Easy 350 V2 in der Copperfarbe aus dem Black Friday Pack. Die haben mich damals 220 Euro gekostet, ihr wisst Bescheid, Retail Boys am Start. Meine Hose ist von Zara 20 Euro, Shirts von Zara 10 Euro, Tasche von Gucci 500 und die Cap ist von Gucci 50. Für 230, hier der Outfitbetrag, Leute, ja, mein Outfit sommerlich gehalten und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu den nächsten Outfits. Checkt mich nochmal auf Instagram, abholt und eingeblendet und abonniert mich auf YouTube und ja, wir gehen mal los zu den Outfits. Jo, was geht, wer isst du? Toni. Toni, Toni, du hast ein coole sommerliches Outfit an, finde ich, also sieht sehr bequem aus. Ja. Hör mal raus, von oben nach unten. Fangen wir mit der Hose an. Wayband, habe ich schon mein Vater, ich weiß nicht, wie viel kostet die? Im Schnitt so 150 bis 200 Euro, sagen wir mit 155. 175. Dein Poloshirt? Von Basefield, 50 Euro. Okay. Ja, Stone Island Hose, 160. 160. Ja. Ja, Fossiluhr, 300. 300, okay, ist das irgendwie elektronisch? Ja, ja, das ist eine Smartphone, aber die ist gerade aktuell. Ah, okay, oh, shit, okay. Ja, Poconnet, Leu-Beton. Okay, cool. 335. Ich finde deine Schuhe irgendwie sehen richtig cool aus. Ja, danke dir. Habe ich bei Spock X bestellt, für, wie viel war das? 200, ne, 720. 720, tschüss. Okay. Ja, das war's. Das war's? Das war's. Hier der Enttrag, ich fahre deine Schuhe. Wieso hast du mir den Gold für 720? Wenn sie auch einen anderen zu kaufen von Off-White? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, Leute tragen den nicht. Leute tragen so den 1er und alles, den 97 Off-White. Nehme ich einfach den Fly Zoom, oder Zoom Fly ist er ja. Ja, sorry. Ja. Übertrieben geil aus, finde ich. Steht dir auch, ehrlich gesagt, voll. Danke dir. Ist das da bequillend? Ja, sowieso, ja. Okay, wie liegt das denn bei Spock X? Haben wir den Passant? Ey, sehr gut, hat auch nicht so lange gedauert. Wie lange? Boah, ich weiß nicht, zwei Wochen? So eine Woche. Oh, es geht so. Etwas lang. Okay. Ich habe aber nicht so lange gewartet, auf jeden Fall. Kam nicht so vor. Okay, ja, sehr gut. Hier der Enttrag, Leute. Cooles Outfit. Möchtest du dir was in die Kamera sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich grüße auf jeden Fall meine Eltern, weil ich würde die und so stehen hier. Ja. Und meine Bros. Und meine Bros. Ehrenmann. Yo, Bro, was geht? Wie heißt du? Hi, ich bin Jack. Freut mich. Jack Mann, du siehst sehr cool angezogen aus. Danke. Meine Frage an dich wäre, was hast du für deine Klamotten bezahlt? Von wo hast du sie geholt? Also ich sage euch ehrlich, ich bin Stammgeist Basis. Ihr wisst ja immer, ey, du bist das Beste. Ähm, ich habe eigentlich quasi fast alles davon. Ähm, bezahlt. Das Hemd, 20 Euro oder so. 20 Euro, okay. Für die Shorts, ähm, Osla war lange her, 15 Euro, so ein Umschnitt, so Socken. Okay, die Socken habe ich von JD, J.D. Sports. Äh, 12 Euro. Die Nikes, Cortez, ähm, 80 Euro. Auch von Asos bestellt? Nee, das habe ich von Amazon. Ah, okay. Ähm, deine Ringe, du hast ja viele Ringe, wie viel Schmuck, sag ich mal. Irgendwie, die habe ich von Amazon geholt. War ein Zufall gewesen. Okay. Also ich hatte eigentlich nach was anderem gesucht, aber das hat halt perfekt gepasst. Hier ist auch eine Schrift. Richtig cool. Ich finde, die sehen richtig schön aus. Danke dir. Und du, ciao, von Amazon. Was hast du für Liebe zahlt? Äh, 40? Ja, 40 ist schon was. Also Leute, gut günstiges Outfit. Sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach. So, das ist so ein richtiges Sommeroutfit, was ich euch persönlich empfehlen würde. Holt euch sowas. Hier der Einbetrag. Geil, Mann, danke dir. Ähm, ich werde euch paar Links von seinem Klamotten in die Beschreibung reinhauen, Leute. Checkt es dann einfach ab. Danke dir, Mann. Und du liebst von dir. Also, willst du noch irgendwas in der Kamera sagen? Ähm, shoutout an Goodfellas, you know what I'm saying? Wuppertal, Goodsons, Sidewear-Crew, you know. Peace out. Bester, Mann. Yo, was geht, Bro? Wie heißt du? Dominik. Dominik? Dominik, du hast ein cooles Outfit an. Danke. Ähm, ich wollte dich mal fragen, wie viel ist dein Outfit? Weil ich feiere das Outfit richtig. Sieht richtig geil aus. Hau mal raus. Ähm, also Schuhe 100 Euro Standard. 100 Euro Standard? Hose, ich denke so 30 Euro oder so. Ich weiß nicht woher, sind alt. Okay. Jeans, Jacke 50 Euro, H&M. Okay. Klasche, Weaselt 80 Euro. Geil, Mann. Und T-Shirt ganz normal zu den Euro. Und das ist ein Outfit. Und Brille, was dazu dann? Zorn oder O. Zorn Räpe. Ein richtig schönes Outfit. Also ich muss echt sagen, ich feiere das, dieses Pinke. Habe ich selber angemacht. Passt gut dazu. Ich weiß nicht warum, das matchst du auf jeden Fall. Danke. Hier der Endbetrag, Leute. Geiles Outfit, also du gibst gar nicht so acht auf, ich sag mal. Als lange es mir gefehlt kostet. Genau. Das ist auch cool. Ähm, wie hast du die bekommen? Über Ebay. Kurz nachdem die rauskommen. Kurz nachdem die rauskommen. Ja, wenn man da ein bisschen so sich Mühe gibt, kippt man die auch, ne? Okay, nice, Mann. Ähm, willst du eine Frage an dich? Was ist dein Lieblingspiece? Was würdest du dir richtig gerne kaufen? Boah. Wenn du, sag ich mal, egal wie viel Geld du hättest. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist ein Green Book. Farbe. Ich denke mal den, boah, ich weiß nicht wie der heißt. Der schwarze mit dem gelben Bruch so gesagt. Der aus der Fall Winter. Genau, ja. Ich weiß schon Bescheid, Leute. Geil. Okay, danke. Das war's. Willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich wissen, es könnte dir auf Instagram folgen. Telekastung. Bester Mann. Yo, Bro, wie heißt du? Ich bin Tower. Es geht. Tower. Du bist auch so groß wie so ein Tower. Ja, wird aber anders geschrieben, ne? Ah, okay. Also kommt nicht davon, ja. Cooles Ausfirm. Danke dir, danke dir. Mal was ganz anderes, sag ich mal. Ähm, hau mal raus. Was ist das für ein Hemd? Ein Hemd ist von Asos. Also Standardhemd. Also was der Standard, ne? Kann man halt bei Asos kaufen. Ist so eine Versace-Alternative, ne? Genau, Mann. Sieht aber richtig gut aus für mich. Ungelogen 40 Euro oder so. 39 Euro eigentlich sowas, ja. Sieht gut aus. Deine Shorts? Shorts ist von Nike Tech Fleece. Habe ich damals bei Snipes, also im Snipes Outlet, für 10 Euro geholt. Für 10 Euro? Genau. Guter Preis? Naja, auf jeden Fall. Die Socken auch von Nike. Keine Ahnung, ein Pack. 7 Euro oder so, keine Ahnung. 7 Euro? Okay, jetzt kommen wir zu deinen Schuhen. Ja, also ich hatte Glück. Ich hatte Glück, ich habe die für Retail bekommen. Also 190. Leute, 190 Euro. Das Schuh kostet jetzt, glaube ich, umgerechnet 2.000 Euro. Was übertrieben viel ist. Also du hast da richtig Glück gehabt. Auf jeden Fall. Schaut her zu meinen Kollegen bei Soulbox, ne? Ohne die ich jetzt nicht bekomme. Ich bin immer noch dankbar. Bester Mann. Ähm, würdest du denn auch, wenn du den nicht für 190 kriegen würdest, für 100, 2.000 Euro? 2.000 Euro für den Schuh ist krank. Ohne Witz. Mein Auto hat 4.000 Euro gekostet. Schuh mir doch nicht, ein Schuh für 2.000. Ich kann das zwar verstehen so, aber ich habe so meine Grenzen. Maximal gebe ich so viel Schuh. Maximal wirklich 400 Euro raus. Wieso hast du den denn nicht verkauft? Weil ich hätte den sonst nie wieder für diesen Preis bekommen, weißt du? Das stimmt mir darum. Ich bin Schuhliebhaber, deswegen trage ich die auch. Sieht auch richtig geil aus. Deine Sonnenbrille noch zum Schluss. Die Sonnenbrille habe ich bei Amazon geholt. 20 Euro hat die Plus sogar. Sieht auch richtig gut aus. Danke, lieber. Geiler Style, Leute. Fresh, man. Einfach sommerlich. Ich liebe solche Outfits. Hier der Endbetrag. Und möchtest du mir was noch in die Kamera sagen? Ja, Shoutout to Kenny von Soulbox damals. Danke nochmal. Shoutout to the Good Zorns. Ja, das war's, ne? Hey, wie geht's hier? Wer ist du? Gut, ich bin Tom. Tom, du hast ein cooles Outfit an. Sieht sportlich aus. Gut für den Sommer. Genauso wie fast alle Outfits in diesem Video, Leute. Hau mal raus. Was kosten deine Klamotten? Wo hast du die gekauft? Also, Ultraboost aus dem Internet. Jetzt, ich meine, 180. Zara Hose vielleicht 20 Euro. Okay. Champion Shirt, ich weiß nicht, 30 ungefähr. Yo, Eastpac 20. 20. Ja, was war's eigentlich? Und Hose, 2 Euro. 2 Euro. Zählen wir jetzt nicht mit. Ja. Hier der Endbetrag. Notzu. Perfekt. Geiles Outfit. Danke. Kann man nichts falsch machen. Okay, danke dir, mein Mester. Danke. Hey, wer ist du? Lukas. Lukas, du hast ein cooles Outfit an. Ja. Hau mal raus. Wie viel Geld kostet dein Outfit? Was hast du dafür bezahlt? Für mein T-Shirt, Prater T-Shirt, 320. 320 Euro. Wow, okay. Supreme Bag. Coole Tasche, 180, okay. Calvin Klein Jeans, 100. Und die Vans, 60 Euro. Kann man machen. Wieso hast du dir ein T-Shirt für 320 Euro gekauft? Das hat mir einfach gefallen. Hat es dir einfach gefallen. Ja. Hast du dir das selber erarbeitet? Durchsparen halt. Durchsparen. Okay, kann man auch machen. Alles klar. Cooles Outfit. Hier der Endbetrag. Danke, dass du auch gemacht hast. Willst du irgendwas in die Kamera sagen? Ja, ich grüße Tom Klein, Justin Manzian und Kitta Heisenberg. Danke dir. Mach's gut. Dankeschön. Yo, Bro, was geht? Hi, ich bin Philipp. 18 Jahre alt. Er stellt sich direkt von alleine vor. Cooles Outfit. Dankeschön. Hau mal raus. Wie viel ist dein Outfit wert? Easy Zebras. Ich kenne halt nicht den Marktwert. 450 Euro, 500 Euro. So um den Dreh. Meine Hose ist von H&M. Habe ich 30 Euro für bezahlt. Meine Socken sind leider von Nike. 13 Euro. Das ist nicht schlimm. Sie hat ein Discret Shirt. 90 Euro. Und dann zu Greenback. Ich weiß nicht, was kostet der auf dem Markt? 180. Also 100 bis 80 Euro. 80 bis 100 Euro besser gesagt. Dann Deadstock Cap. 25 Euro. Das war's eigentlich. Cooles Outfit. Also ich finde das Match gut zusammen. Danke schön. Ich feiere deine Tasche hier. Sieht gut aus auf jeden Fall. Hier der Endbetrag. Leute, cooles Outfit. Willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße Marco. Ihrem Bruder. Weiß schon Bescheid. Danke dir, Mann. Bester Mann. Dankeschön. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Outfits am Start gehabt. Leute, sommerliche Outfits. Ich mag solche Outfits Todes. Schreibt mal in die Kommentare, was so eure Sommerempfehlung ist, was Klamotten angeht. Abonniert mich auf Instagram hier und eingeblendet. Und abonniert mich natürlich auch auf YouTube. Und stellt die Glocke auf aktiv ein. Und Leute, ich würde mal jetzt sagen, das war's für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Skisskisskiss!